Hallo und Grüß Gott aus der Marktgemeinde Schönkirchen Reiersdorf, unweiter Bezirkshauptstadt Gensandorf. Hier gelangt diese beinahe 2000 Quadratmeter große Liegenschaft zum Verkauf, die mannigfaltige Möglichkeiten für Gewerbebetriebe und Handelsunternehmen bietet. Wohnungen, Büroräume, Hobbyräume, Lagermöglichkeiten im Freien und im Geschlossenen machen dieses Objekt interessant sowohl für die Großfamilie als auch für diverse Gewerbebetriebe. Ich darf Sie einladen, sich selbst davon zu überzeugen. Ich kann also einen die Sofamilie als auch für die Großfamilie als auch für die Großfamilie als auch für die Großfamilie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020